Moinzen und herzlich willkommen. Moment, dass ich mal ein bisschen leiser bei mir mache. Boah, Mensch, der Lautstärkeregler, der ist ein bisschen klebt. Ah, noch ein bisschen leiser. Was so leiser ist, besser kann ich reden. So, ich wollte aber mein Spiel aufnehmen. Ich bin die ganze Zeit sowas von hässlich am Failen. So, da muss ich das einfach mal aufnehmen. So, ich sage, es werden sich, das sind die Spiele, die ich hier hatte. Ich habe mal Black Rose wieder ausgedient. Ich habe sonst eigentlich schon mal gut gespielt, aber jetzt habe ich das ganz verlernt irgendwie. So, jetzt, aber ihr werdet bitte mir leiden und ihr könnt mir auch auslachen, was weiß ich. Ich werde auf jeden Fall immer das schlechteste in der Runde sein. Ich habe ja auch jetzt mal Glück, weiß ich, aber wirklich überhaupt nicht denke. So. Wo geht es hier weiter? Äh, äh, ah, komm her. Ähm, naja, scheiße. Oh. Doch. Shit. Auch wenn ich auf der Ark anstatt die MP5. Ja, ich konnte es mir denken. Ich konnte es mir denken. So, äh, ah. Ach, ich wusste es, Mann. Ich fehle heute so heftig. Ich habe schon mal kein Black Ops mehr gespielt. Ich denke mal, so drei, vier Monate habe ich jetzt kein Black Ops mehr gespielt. Spielt. Ja, und das macht sich auf jeden Fall. Achtung, feindlich um zwei. Ohne wird es bemerkbar. Das ist ja wirklich grässlich, wie ich hier spiele. Äh, da. Naja, das sind solche Kills. Die passieren mal, die passieren jeden. Ach. Irgendwie tut mir gerade Hals weh. So. Heute habe ich keine Let's Plays erst mal gemacht. Das liegt daran. Ja, in meinem Bett schläft etwas. Achtung, feindlich um zwei. Einfach freundlich um zwei. Ja, ja. Ich sehe, ich bin jetzt Kopfhörer etwas leiser. Sie soll schlafen. Anstrengender Tag gehabt. So. Da. Wer redet denn da wieder? Ah. Ich habe drei Typen gesehen. Drei Typen. Ähm, äh, ja. Ich habe doch gar nicht erzählt, was das ist. Das ist ein Free for All. Ich bin kein Kommentator. Free for All. Ähm, Map, 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 Map. Äh, keine Ahnung, wie die Map heißt. Aber das denke ich mal auch hier Schnuppe. Hier geht es noch um den Dämonen. Dort. Sag mal. Wo ist der hin? Den hole ich mir. Wo ist der hin? Bitte, der kämpft jetzt irgendwo in der Ecke. Wie ich. Hä, wo ist der? Ach, scheiße. Wir haben ja eine andere Waffe. Ich mache jetzt die Farmas. Jetzt mache ich voll auf Noob. Noob, Noob. Wenn wir Noob sind, dann müssen wir auch Noob spielen. Ich spiele eigentlich nicht so scheiße. Richtiges Falsches von mir. Äh. So. Ah. Oh, meine, meine, meine. Das wirkt hier einfach nichts. Hallo. Scheiße, hat die Klarscheibe gehört. Und ich bin auch so blöd wieder zum Ziel. Äh. Also, wenn die Frames gerade runtergehen, wo man er fräbt, dann kann ich auch ganz schlecht was machen. Geh doch, bleib oben bei 30. So soll es sein. Äh. Wo ist die Tappe? Scheiße. Stopp. Hammer. Bin ich gestorben? Der hätte sterben müssen. Eindeutig. Der hätte schon mal den Claimor hingestellt und, äh. Der hätte schon mal den Claimor hingestellt und, äh. Der hätte das nicht so gut gemacht. Und das war nicht so gut. So. Äh. Äh. Scheiße. Top. Stopp, da drin. Ach, scheiße. Nein. Mit der Steuerfunk-Von-Kontrolle kommt ich irgendwie auch nicht mehr klar. Ah. Das war jetzt peinlich, aber ich hab noch bekommen. Nein. Sag mal, warum sterben die nicht? Das war nicht normal. Ich bin schon mal tot. Oh, Mann, das ist so peinlich, glaub mir. Dass ich das hier hochladen, das ist jetzt wirklich... Ah. Äh. Ich glaube, es ist Harbert bei mir nur am Ziel. Hä? Hä? Äh. Okay. Tschüssi. Okay, das war grad'n Auto hoch. So. Selbstmordhilfe. Warum nicht? Äh. Shit. Ich hab' den oben noch gesehen. Ich denke mal, es liegt daran, dass ich nach dem Schmarrn schmelte Playstation gespielt habe. Ich meine, schon, es ist Quiitern, so also. Das ist aber kein Vergleich. Äh. Ich hab' den oben noch mal gesehen. Wo hast du dir wohl ne Gasbubbe? Hätte sein können. Guck mal hier. Äh. Ja. Haha. Frankreich und zwei über uns. So. Müssen wir. Und. Ah shit. Bisschen hoch. Der kommt noch. Der kommt noch. Nein, da ist auch noch einer. Sehr gut. Okay. Also, das ist die Unterwurschgrad, die ist so heftig fail. Vor allem, ist sie richtig krank. Ich spiele seit einer Stunde wieder Black Ops nach der langen Zeit. Ah. Ah. Was seid ihr? Ähm. Hallo. 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 Ähm. Bam. Ah. Warte auf mich. Feindliches Mercer Team gesichtete Entdeckung. Wo ist er hin? Ja. Glaube ich gerade halluziniert. Ui. Ah. Scheiße. Hätte das sein können. Ach nö, wäre schon das für den NookTuber hier. Das ist nicht ganz. Benutzt eigentlich nicht mein komisches Flugzeug. Wir gehen jetzt hier hoch. Da ist glaubt das nicht. Da ist jemand. So, hier wird eh jemand vorbeikommen. Ähm. Ich wollte mich grad umdrehen. Aber hätt ich mich umgedreht, den Schüssel einkillt, glaubt er wäre der nächste gekommen. Ah, mir tut der Hals weg. Ich frag nicht wieso. Ich frag ja nicht wieso. Äh. Verliste. Komm. Muss er. Äh. Na. Scheißgitter. So. Oh, scheiße. Bin ich jetzt so blind gewesen. Na gut. Ich muss. Ähm. Wie spät ist es? Ich hab keine Ahnung. Ist das jetzt so um 3 sein? Äh. Ich meine, das ist ja auch ein kleines Problem. Was so nebenbei immer machen. Auch witzig. Und dann. Ja. Es kommt dem. Ich hab irgendwie sieht aus. 13,19. Ah. 0,68. Quote. Oh, scheiße. Das ist halt nicht. Ich mach jetzt auch noch runter. Oh. Da ist er gesprungen. Oh. Er schwebt. Guckt's euch an. Das können euch die richtigen Prost. So. Ah. Ja. Ja. Na gut. Ich hatte natürlich für die schlechteste Verbindung. Ich würd sagen. Heute. Heute. Heute werden wieder Let's Place gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.